Jo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Aufnahme von Maze Proband 360 wo wir das letzte Mal hier stehen geblieben sind in dem Haus vom ehemaligen Privatdetektiven der uns als einziger helfen kann diesen Schlaffluch zu brechen anscheinend aber ja seine ganze Familie ist selber im Schlaffluch gefangen gerade und auch er selber also das heißt er kann keine Hilfe sein hier sehen wir auch Howard glaubt dass sein Freund uns helfen kann aber ne da haben wir ein X bekommen denn das funktioniert nicht mehr leider aber wir haben hier ein Wimmelbild und ich würde mal sagen wir klicken mal drauf und schauen uns einmal an was das ist die Marlowe so wir brauchen was brauchen wir denn was ist das er muss Flüssigkeit zu sich nehmen um nicht zu dehydrieren davon hat er nicht getrunken ohja woher weißt du du das was ist das eigentlich zumindest hat er noch seine beiden Nieren ja gut ähm ja ich schau mal kurz Blutstrom irgendwas hält seinen Blutfluss aufrecht das hier ähm das der ist nicht mit dem Blut verbunden äh wat ah das hier ich verstehe irgendwas getrunken das hier nein davon hat er nicht getrunken ok aber von dem hier die Kaffeetasse ist leer wahrscheinlich ist ihm der Kaffee nach längerem Schlafentzug ausgegangen der Darm ist entleert hier muss irgendwo Toilettenpapier sein jo hier äh er bekommt frischen Sauerstoff woher äh von hier äh Zunge Lieblingssüßigkeit hier Lakritzen nein hier da Lakritzen äh Zunge äh ok Zähne ich muss seine Zähne reinigen what warum muss ich seine Zähne reinigen Nase der Geruchssinn ist eng mit Erinnerungen verbunden äh Erinnerungen ähm Geruchssinn Augen Brille Gehirn was was könnte sein Gehirn stimulieren das hier nein Lunge Lunge genau Sauerstoff Lunge Lunge hier ähm normalerweise normalerweise würde ich jetzt sagen mit nein nein grrrr ja ich hätte ahnen müssen dass das die Pflanze war ah ja ok die Pflanze gut so das Herz wo ist denn das Herz hier er braucht Herzmedizin das haben wir hier der Magen er muss etwas essen ein Apfel und ein Sandwich oh nur ein Sandwich ok Nase keine Ahnung hier das Parfum ah ok Gehirn er hat gerne gelesen und geschrieben ok und die Leber wo ist denn die Leber ist doch hier irgendwo oder ah hier seine Leber ist nicht in bester Verfassung wo sind seine Tabletten hier Notizbuch natürlich ja klar äh wir müssen ihn einmal komplett identifizieren von oben bis unten abtasten dann haben wir das Notizbuch erst gut seine Notizen sind weg aber die Schrift hat sich durchgedrückt wie mache ich sie sichtbar mit einem Ziegelstein ach gut ok habe ich nichts hier kann ich auch nicht rein äh nein hier kann ich nicht rein mit dem Badezimmer bin ich durch ok ah ok Frank Merlow Proband 256 Betty Merlow Proband 256 57 Dick Merlow Proband 320 Lauren 285 oh tot oh scheiße seine Frau ist gestorben ich muss Proband 000 in Tribal Ridge finden die Schlafkrankheit breitet sich weiter aus das Seuchenzentrum scheint das Haus in Tribal Ridge zu sein vielleicht habe ich etwas gefunden das neues Licht auf den mysteriösen Fall wirft aber ich habe die Unterlagen erstmal in meinem Tresoren sicher gebracht bis ich mehr weiß oh da sind Spuren oh ich habe schon mehrere Spuren wow cool sollte ich mal lesen Dick ich hatte bisher keine Zeit deinen Wagen zu reparieren starten einfach indem du die Kabel so verbindest gut was haben wir hier für Spuren ok hier haben wir die Anleitung oh jemand hat Informationen über alle Probanden gesammelt glaube kein Wort deiner Entscheidung die unheimliche Puppe hat auf jeden Fall ihren Zweck erfüllt oh ja das Mädchen legt wenig Wert auf Leben anderer das war die Taube die sie erschossen hat ich habe eine Mosel eingechappt chappt ja Proband 000 vielleicht eine junge Auto wenn die Puppe mich erschrecken soll dann ist dir das gelungen alles klärchen Herr Kommissärchen so wir müssen auf jeden Fall einmal wieder zurück äh in achso ja hier muss ich rein ne nein ok da muss ich nicht mehr rein wo muss ich hin habe ich jetzt gesagt äh Triple Ridge ich komme hier nicht raus ich bin im Albtraum gefangen ich bin im Albtraum gefangen es scheint die ganze Stadt zu liegen da ist in ihren Hosen der Verbrecher der Teufel ich bin ich bin kaum awake zu sein nur aufhauen Howard wir werden es durchs ne ich glaube nicht wer schafft es sich wach zu halten jedenfalls im Moment aber ich muss eine Möglichkeit finden die Barriere zu durchbrechen und uns zu befreien. Nja. Jo, okay. Ich muss auf jeden Fall... Warte, was haben wir hier noch? Ähm, kann man hier vielleicht eventuell? Nein, kann man nicht. Nee. Okay, hier... Aber hier kann ich irgendwas mit dem auf jeden Fall noch machen. Ah, hier müsste ich wahrscheinlich das rausschneiden. Mit dem Glasschneider. Da bräuchte ich aber einen Diamanten. Hier wollen wir nicht mehr rein. So, das ist Triple Ridge. Ah, hier. Okay. Wir verbinden das mit dem hier. Braun mit dem hier. Und das hier mit dem hier. Ich brauche Benzin und einen Trichter. Na gut, den Trichter, den haben wir ja schon. Zack. Jo, heute dieser Wagen, morgen die ganze Welt. Das stimmt, ja. So, jetzt bräuchte ich auf jeden Fall den Benzinkanister. Aber wie mache ich das, dass der keine Löcher mehr hat? Ich meine... Ja, weiß ich nicht, ne? Ich meine, naja... Und vor allem, wo kriege ich Benzin her? Ist ja auch noch so eine Sache, ne? Ich brauche ein Auto, um dorthin zu gelangen. Du kannst auch zu Fuß gehen. Da brauchst du kein Auto. Kann ich, oder kriege ich noch irgendwas hier? Glaube nicht, nein. Scheiße. Kriege ich noch irgendwas in der Krankenhalle? Er war ein Proband, genau wie ich. Niemand hat das verdient. Eine ganze Halle schlafender Patienten. Jo, ne, da kann ich nichts mehr tun. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte. Es glitzert. Schauplatz mit Aufgaben. Hier? Ja, was soll ich hier tun? Hätte ich doch nur in meinem Auto geschlafen. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber was soll ich hier tun? Voller Löcher. Ja, oh ja. Weiß ich ja, dass das voller Löcher ist. Hä? Ich kann ja auch hier sonst nichts... Ach so. Ich hab geglaubt, ja. Ich hab geglaubt, mit dem kaputten Glasschneider, den müssen wir reprägen und dann kann ich hier ein Loch schneiden. Das dachte ich. Natürlich. Ja, und das haltet... Naja, wurscht. Das haltet. Na klar. Und da ist noch Benzin auch noch drinnen. Ja, was für ein Zufall, Freunde. Was für ein Zufall. Ja. Gut, dann nehmen wir den Trichter weg. Den schmeißen wir natürlich weg. Den Stoppel wieder rein. und wir fahren los. Tschuuu. Lol. Und wohin jetzt? Welche Straße führt nach Triple Ridge? ja keine ahnung wo es hier hingeht ich muss das schild reparieren jemand hat das schild absichtlich zerstört ich muss es wieder zusammensetzen teile der schilder fehlen wie soll ich dann da jemals hinkommen da hier das hier scheint nicht zu passen ach so hier das hier und hier liegt noch eines ok hier habe ich drei löcher es müsste hier rein das müsste dann hier rein das müsste dann hier rein und das müsste dann hier rein jetzt muss ich die schilder wieder an ihre ursprünglichen plätze stellen wahrscheinlich mit dem strich hier ja hier muss es sein das schießt links geht es also noch triple rich triple rich das ist die falsche richtung das ist die falsche richtung ok ja ich sage nichts mehr aber hier ist noch ein zettel ach so habe ich schon gelesen gut gut tschuldigung dann fahren wir jetzt danach triple rich da ist dieser unheimliche tom wieder ich muss vorsichtig sein ich muss vorsichtig sein deswegen wasser die pumpe kann ich bestimmt gebrauchen ja sicherlich ein stück seife kann ich auch bestimmt irgendwie gebrauchen oh nein oh mein gott vielleicht hilft der ring irgendwie weiter tut mir leid hilft mir tatsächlich denn ich brauche ja den diamanten dankeschön und kann jetzt den diamantschneider machen zack billig diamantschneider selbst gebastelt ja ja natürlich natürlich friedhof da will ich jetzt noch nicht rein ja hier helfen ausblick da will ich auch noch nicht hin verdammt ich habe keinen schlüssel aber vielleicht gibt es ja eine alternative eine alternative natürlich natürlich ein wasser eimer ich kann das glas nicht einschlagen das ist zu laut aber mit einem glasschneider kann ich es schneiden ja natürlich zack plumps oh oh treble rich house aber vorher stelle ich den wasser eimer hierher pumpe mal das wasser rein noch nicht voll ok jetzt ist er voll jetzt noch seife ich frage nicht jetzt haben wir eine seifenlauge okay aber jetzt gehe ich mal zu hevenausblick schön eigentlich was die ganze stadt ist im tiefschlaf ok um was hat das zu bedeuten ich meine soll ich die jetzt da hier so wach schütten das wäre lustig wenn ich das könnte oder kann ich die irgendwie aufwecken nach einer gewissen zeit weiß ich noch nicht wir werden es herausfinden früh oder später oder